Einige Momente sind wichtiger als andere. Momente, in denen Sie kein Detail verpassen möchten und Klarheit eine neue Bedeutung erhält. Wir von HOJA verstehen, was klares Sehen ausmacht und wie es ihre Lebensqualität verbessert. Seit der Einführung der ersten Entspiegelungsbeschichtung für Mineralgläser im Jahr 1963 trägt HOJA aktiv zur Entwicklung innovativer Brillenglasbeschichtungstechnologien bei. Seitdem hat HOJA einige Durchbrüche erzielt. Angefangen mit der Substrate Matching Technology für eine perfekte und dauerhafte Verbindung zwischen Brillenglas und Beschichtung, für besondere Langlebigkeit und außergewöhnliche Klarheit. Wir freuen uns, Ihnen die nächste Generation zu präsentieren. Unsere bislang klarste, langlebigste und dauerhafteste Beschichtung. High Vision Merio. Außergewöhnlich klare Sicht, die lange hält. 60 Jahre Expertise in Beschichtungstechnologien führten uns dorthin, wo wir heute sind. Auch heute noch arbeiten wir mit derselben Begeisterung und Leidenschaft nie zu Beginn. Um Augenspezialisten dabei zu unterstützen, Menschen ein großartiges Geschenk zu machen. Klare Sicht. Immer und jederzeit.